was geht ab leute was geht ab youtube die jesse der thomas und ich begeben uns gerade auf dem weg nach alpbach wir haben dort unser top management leadership einfach einer traumhafter ort winter traum in österreich und wir haben beschlossen wir nehmen euch heute mal mit und checkt einfach mal unsere folgenden aufnahmen ab so so Untertitelung des ZDF, 2020 Die ersten Eindrücke sind schon wieder so krass, das komplette Bergdorf ist einfach für uns gemietet. Du fährst rein, oben der fette Banner, alles für PM bis hin zu, dass nur Leute unterwegs sind von uns aus dem Leadership. Mit der Aussicht, ich klippe komplett aus. Wir haben jetzt ein bisschen eher den Slang drin. So Leute, wir machen jetzt was zum Essen, wir sind gerade auf Essenssuche. Hat aber alles leider noch nicht offen oder schon wieder zu. Aber es gibt noch ein anderes, das hat er mir empfohlen. Ab 15 Uhr geöffnet, Mittwoch bis Sonntag. Welcher Tag ist denn heute für den Tag? Das passt doch. Ach, der hat Pizze noch zu. Ja, ja. Gibt's das denn Essen los? Gibt's schon was leckeres? Schon, oder? Ja. Lass uns geschlossen. Ja, nur erst ab 3 Uhr, ab 15 Uhr. Oh, was ist denn? Oh, Christoph, was ist da los? Wo ist die Pizza? Da ist sie. Ich muss noch ein bisschen was haben. Ja, ich geb die Pizza. Du auch? Ja, die haben noch Pizza bekommen. Hey! Hey! Ja, hallo. Hey! Hey! Musik Hier ist er denn ein neuer Kabel quasi, ein neues Kombi. Es ist echt schon riesig, auch wenn es hier arschkalt ist. Vorhin hat es schon wieder ein bisschen geschneit. Wahnsinn! Schön! 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 So many lives going through my brain And now I'm taking these shots like it's moving pain Yeah Ooh, I fall apart Time to my core Ooh, I fall apart Time to my core Didn't know it's fun Surprised when you caught me off first Thought I'd say I'm sure I'm full Ooh, I fall apart Ooh, I fall apart I never got a feeling this old Harder than the liquor I fall apart Tell me you don't want me no more What I'm taking it for Now it's out of the park Now it's going to end with food Der erste Gang ist bereits serviert. Alle Leute haben die Plätze eingenommen. Wahnsinn, was uns hier wieder für ein Feeling erwartet. Ich brauche immer einfach alles rum. Das ist echt geil. Guten Morgen, wir sind bereit für Day 2. Heute Tag 2 an unserem Leadership. Gestern schon einen sensationellen Abend erlebt mit einer Gala, die wirklich seinesgleichen sucht. Heute in der Früh stehst du auf und denkst dir wirklich, ganz voll schlafen, wo bin ich hier gelandet? Komplett wie im Paradies. Wir sind schon drinnen im Saal, in der Location für heute. Und alles ist so bestens, so fein dekoriert hergerichtet. Wahnsinn, was Permanent für eine Organisation auf die Beine stellt. Über 1000 Führungskräfte hier hinter uns, die ihr seht, die monatliches Einkommen im vier-, fünf- und sechsstelligen Bereich jeden Monat haben. Und es geht ja jetzt erst gerade los. Die nächsten drei Jahre wird sich unser Umsatz von einer Milliarde auf zwei Milliarden verdoppeln. Und was bedeuten wird, dass extrem viele nebenberufliche Arbeitsplätze geschaffen werden, aber auch Haupteinkommen. Wir sitzen hier im Bus zu unserer Hüttenparty heute. Und es ist echt super crazy, wo es jetzt überhaupt genau hingeht, weil wir haben noch gar keinen Plan. Wir lassen uns überraschen. Wir haben noch coś geschrieben. Wir haben als ein Spiel gehörente Es gibt noch keine Wahl vom Re Amy. Wir machen uns auf das Geheimdaken. Dann kam die in den Augen. Wir haben einige Seiten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.